Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 machen können, was ja auch immer sehr günstig ist. Ja, und insofern freue ich mich, dass wir jetzt gleich zur feierlichen Verpflichtung durch unseren Kreispartmeister Volker Fehlmann kommen können. Wir alle haben erfolgreich, ungefähr 40 glaube ich sind, das habe ich mir sagen lassen, erfolgreich den Grundlehrgang oder Programm 1-Lehrgang bestanden. Darüber freuen wir uns sehr, denn machen wir uns nicht vor, unter dem Nachwuchs in die Feuerwehr müssen wir weiter verteilen und deswegen ist es sehr wichtig, wir wollen auch sehr erfreulich, dass sich viele liebe Kameradinnen und Kameraden bereit erklärt haben, das hier bei der freiwilligen Feuerwehr mitzumachen. So, das soll es schon auch gewesen sein von meiner Seite, dann geht es jetzt weiter. Sehr gut. Ja, sehr verehrte Gäste, liebe Feuerwehrkameradinnen, liebe Feuerwehrkameraden, ich begrüße euch natürlich auch heute recht herzlich hier zu dieser Verpflichtungsveranstaltung. Ich bin mir sicher, jeder einzelne Feuerwehrkamerad, der in der Vergangenheit mal verpflichtet worden ist, erinnert sich an seine Veranstaltung, wo es gewesen ist und wie es war. Ihr werdet, und ich hoffe, das ist einmalig, dass wir in dieser Form das durchführen müssen, dass ihr sagen könnt, wir haben die Corona-Verpflichtung erhalten und durften leider nicht im Rahmen von 500, 600 Feuerwehrkameraden und Hunderten von Gästen daran teilnehmen, aber so ist dieses auch etwas ganz Besonderes nur für euch und da freut es mich, dass wir heute hier den Rahmen haben, dass er geschaffen worden ist und wir das hier in Seebetal in meiner Heimatgemeinde, in meiner Heimatfeuerwehr, in meiner Heimatstraße durchführen dürfen. Und da möchte ich jetzt mit der Verpflichtung beginnen, ich werde ein paar einleitende Worte sagen, bevor dann das, was Dieter gesagt hat, den Verpflichtungssatz nachzusprechen, kommen wir dann gleich zu. Retten, löschen, bergen, schützen. Auf diese Aufgaben habt ihr euch, liebe Anwärterinnen und Anwärter, in den vergangenen Monaten intensiv bei der Truppmann-1-Ausbildung vorbereitet und diese mit Erfolg abgeschlossen. Hierzu möchte ich euch im Namen aller Feuerwehren des Landkreises Harburg recht herzlich gratulieren. Heute werdet ihr durch Nachsprechen der Verpflichtungsformel euch öffentlich zu den Grundwerten der Freiwilligen Feuerwehr bekennen. Der Dienst in der Feuerwehr ist schon von jeher von Toleranz, Integration, Zusammenhalt, und kameradschaftlichen Handeln geprägt. Diese Tugenden sind seit Gründung der ersten Freiwilligen Feuerwehren fester Bestandteil und werden auch in schnelllebig modernen Zeiten nicht an Aktualität verlieren. Der Dienst in der Feuerwehr funktioniert ohnehin nur, wenn man bereit ist, sich als ein Teil einer Gemeinschaft den vielfältigen Aufgaben zu stellen. Nur so ist es möglich, die teilweise schwierigen und belasteten Einsätze jeder Tages- und Nachtzeit erfolgreich zu bewältigen. Mag der Begriff Kameradschaft etwas altertümlich für viele jüngere Feuerwehrmitglieder klingen, ist er doch die Basis für das Wirken der Feuerwehren in schönen, geselligen Stunden wie auch in schweren Stunden. Wir können stolz auf euch sein, dass ihr euch dieser sinnvollen Aufgabe verschrieben habt und bereit seid, auch unter Einsatz eurer Gesundheit diese wichtige Tätigkeit auszuüben. Wir, die Feuerwehren des Landkreises Harburg, sind stolz, euch in unseren Reihen zu haben und die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Harburg und natürlich im Besonderen der Gemeinde Seevetal sind dankbar für euer Engagement. Weil es dem Kreis Feuerwehrverband wichtig erscheint, führen wir traditionell die Verpflichtung in einem öffentlichen und feierlichen Rahmen durch, um die Wichtigkeit dieser Aufgabe angemessen zu präsentieren. Leider ist das dieses Mal ein kleinerer Rahmen, aber trotzdem genauso angemessen und würdevoll für euch und das ist uns eben ein wichtiges Anliegen. Wir wünschen euch alles Gute und vor allen Dingen viel Spaß in der Feuerwehr. Ich bitte nun, die Verpflichtung einzuleiten. Anwärter, Strecke standen, rechte euch, Augen geradeaus, zur Meldung an den Kreisfahrtmeister, Augen rechts. Ja, mein Fehler, Augen geradeaus, Abordnung, vortreten. Gut, vorne. Moment noch ein Kreisfahrtmeister, Augen rechts. Ich bitte nun, alle Anwärterinnen und Anwärter, mir folgende Erklärung nachzusprechen. Ich verspreche, meine freiwillig übernommenen Pflichten als Mitglied der freiwilligen Feuerwehr pünktlich und gewissenhaft zu erfüllen. Den Anordnungen meiner vorgesetzten Folge zu leisten. Den Anordnungen meiner vorgesetzten Folge zu leisten. Und gute Kameradschaft zu halten. Und gute Kameradschaft zu halten. Ich stelle fest, dass alle Anwärterinnen und Anwärter sich nunmehr zum Dienst in der freiwilligen Feuerwehr verpflichtet haben. Ihr müsst, habt ihr begründet, eure Bereitschaft begründet, jedem zu helfen, der in Not geraten ist und die Hilfe der Feuerwehr benötigt. Des Weiteren werdet ihr gewissenhaft euren Dienst versehen und durch Übung und Ausbildung euer Wissen festigen und erweitern. Wir wünschen euch, dass die angenehmen Stunden den Unangenehmen überwiegen. Die Feuerwehren des Landkreises Harburg heißen euch in ihrer Gemeinschaft herzlich willkommen. Danke. Verpflichtet ist. Durchgestanden. Abordnungen zurücktreten. Gehört euch. Ja, meine lieben Kamerade und Kameraden. Auch im Namen der Feuerwehr Sebenkarten herzlichen Glückwunsch. Das Wichtigste für euch. Die Ernennung zum Feuerwehrmann, beziehungsweise Feuerwehrfrau, steht nichts mehr im Wege. Ich denke, dass wir mit der Lüge wieder rückwiesen. Noch ein paar Regularien zum Ablauf für den Rest des Abends. Ich darf euch gleich einladen, im Namen der Gemeinde, zu einer kleinen Wurst und einem Gefängnis. Wir mussten auch da ein wenig reduzieren, aber zumindest einen kleinen Imbiss haben wir vorbereitet. Das können wir gleich in der Halle an den Stehtippen vornehmen. In der Halle draußen haben wir keinen Mundschutz. Wir achten ein bisschen auf den Abstand. Sollt ihr auch Toilette und Verkehrswege benutzen, dort bitte einen Mundschutz. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Hat mich gefreut und weggetreten. Ich fühle mich an, dass er zieht. 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 Ich fühle mich an, dass er zieht.